Er ist sympathisch und macht gute Stimmung. Er verwöhnt die Gäste und sorgt für Umsatz. Er arbeitet einfach vollautomatisch. Der Smartwurst Wursttoaster. Die Funktionsweise des Wursttoasters besteht darin, eine Bratwurst von oben in einen Heizmantel hineinzuschieben. Dieser sorgt für die zur Garung benötigten Hitze. Ein Schieber hebt dann die Wurst zum leichteren Herausnehmen nach oben. Die Wurstzubereitung mit dem Wursttoaster ist zusätzlich aufwandseffizienter und sorgt für Umsatz. Außerdem ist der Wursttoaster durch seine kompakte Bauweise an vielen Orten einsetzbar. Der Wursttoaster ist nahezu für alle konventionellen Bratwürste geeignet und bräunt diese innerhalb von 4 bis 6 Minuten. Wenn es aber noch schneller gehen muss, kommt unsere Smartwurst pre-grilled zum Einsatz. Diese leckere Qualitätswurst ist vorgegrillt und daher bereits nach 2 bis 3 Minuten knusprig braun. Das Gerät wird aus Edelstahl und hochwertigen Komponenten in Deutschland gefertigt. Ein Prozessor überwacht alle Funktionen und steuert den Garungsprozess. So erkennt das Gerät, ob es bereits vorgeheizt ist oder nicht und passt dementsprechend die Garzeit an. Das bedeutet einmal einstellen und immer das gleiche Bratergebnis erhalten. Der Wursttoaster verfügt über verschiedene Funktionen, die über eine einfache Menüführung einstellbar sind. Durch das Herausnehmen der Abtropfschale und aller Bratwurst zugewandten Teile wird die Reinigung des Geräts kinderleicht. Damit dient der Wursttoaster als optimale zusätzliche Einnahmequelle für Tankstellen, Kneipen, Kioske, Bäcker, Metzger, Snackshops, Vereine und viele mehr. Auch im Büro oder auf Baustellen ist er hervorragend aufgehoben. Der Smartwurst Wursttoaster